Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin es wieder schon noch voll gekommen heute zu einem Video. Danke für zwölf Abonnenten und heute kommt zwölf Abonnenten. Es ist alt, nicht zwölf Abonnenten sind jetzt nicht viel und ich wollte eine Horror-Folge aufnehmen. Bis gleich. Okay, so. Okay, die Macdon ist halt glaube ich nicht offen. So, ich muss kurz auf der Karte, denn ich habe eine Einladung bekommen. Ich hoffe, mein Kollege ist da. Oh! Hey, Kollege! Oh, hey, was geht? Wie geht's dir? Okay. Ähm, mir geht's gut. Ich habe ja heute Geburtstag. Und jetzt, Real Talk, ich hatte wirklich Geburtstag. Hast du schon Geschenke bekommen? Ähm, ne. Ich, ich gehe kurz auf den Zimmer, okay? Äh, kannst du? Ich habe sogar den Kuchen vorbereitet. Dann sind die anderen schon alle gekommen? Ja, du bist zu spät eigentlich. So, ich gehe hier, guck. Den Kuchen... Äh. Eigentlich gibt es hier auch noch ein bisschen Kekse. Aber bitte nicht in den Kühlschrank gucken oder in der Kiste. Und da ist ein verbotener Keks. Verbotener Keks? Ja. Gibt's solche verbotene Kekse? Natürlich. So. Ähm, ich gehe jetzt nach oben. Bis gleich. Ja, bis gleich. So kurz. Ich muss jetzt erstmal... Hast du mein Handy? Neee? Neee? So, ich habe ein bisschen was abgelegt, so. Gut. Oh, hi, Katze! So ein bisschen deinem Kuchen essen. Ah, okay. Ein bisschen Kekse. Aber der hat gesagt, dass hier einfach ein... Böser Keks gibt. Als ob so ein böser Keks gibt. So. Wo steht da? Toter Keks? Hm. Halt jetzt nicht wahrscheinlich an, aber... Ich... Ich... Ich nehme den einfach mit und esse ihn heute um 3 Uhr nachts. Passiert das so nicht. Der hat gesagt... Hat gestern mal gesagt, dass man den Keks nicht um 3 Uhr nachts essen soll. Oh, meinte ich nicht, aber mir scheißegal. Die andere Konsole ist gut. Die Kekse schmecken auch nicht super. Ja. Toll. Rote Keks. So. So. Ähm... So. Gut. Ähm, ich gehe jetzt ein bisschen... bisschen was zu trinken und ich sauf noch ein bisschen. Ja. Bis dann. Ciao. 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 Kommt mir irgendwie komisch vor. Aber egal. Oh, hallo Pferd. Okay, ich muss jetzt... Irgendwie... ...nauher kommen. Warte, ich muss nur gucken. Wolle ich wohne. Okay, ich weiß, wo ich wohne. So. Gott. Ah, und den... Ich will Keks. Ich lege um 3 Uhr nachts. Das hat mir geht sowieso nix. Das ist eine Lübengeschichte. So. Ich bin lechter. Gott. Gott. Ha. Cool. So. Ich warte so lange, bis es 3 Uhr nachts ist und dann esse ich diesen... ...Keks. 3 Uhr nachts. So. Ich bin jetzt wieder da und ähm... Okay, es ist 3 Uhr nachts. Ich hab's gerade auf mein Handy gehockt. So. Äh, wo ist die Uhr? Also jetzt egal. Ich esse jetzt den toten Keks. Hä? Ich würde mich anlügen. Junge, was ist das für ein behinderter Typen? Junge, das hört mich an. Ich geh dann nach Hause. Okay, ich geh jetzt schlafen. Look. Jetzt Pride. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kumpel! Ja? Was ist los? Oh, kurz. Oh, Gott. Ich muss kontrollieren und die wuchs. Oh, hey, Kumpel. Hey, Kumpel. Hey, was geht? Hey, was geht? Wie gehts. Wie gehts? Mir gehts gut. Mir überhaupt? Mir... wie gehts gut? mir auch ich habe gehört ich habe einen Brief bekommen Brief kann ich den Namen warte kurz so ich gebe dir das jetzt ok ihr soll gestern was warte mal kurz das ist ein Blut der ist mit Blut geschrieben ich weiß und ich ich warte ja hallo ja ok Polizeistation ok komm tschüss wo gehst du hin zu der Polizeistation ok mehr das war's mit der ersten Folge von der Cookie der Horrorfilm also es wird vielleicht Horror also ihr könnt die Folge nur also wenn ihr die Folge wenn ihr die die zweite Folge haben wollt macht nur 10 Daumen hoch und dann wird die neue Folge hochgeladen und das war's mit dem kurzen Horror das wird eine Horror-Serie aber es gibt nur zwei Staffeln und und das war der die erste Folge also in jeder Staffel gibt's immer eine Folge einem so und so 20 Folgen in eine Staffel also jeden Mal immer 10 Daumen hoch und dann schafften so ja und das war's mit dem Video ich hoffe euch hat das Video gefallen und bei tschüss bei tem sondern n Vielen Dank.